dann wollen wir mal gar nicht lange zeit verlieren und direkt in das gastspiel gegen den verein aus lubin antreten damit herzlich willkommen hier auf game perlas 1946 zu diesem part der legenden karriere von unserem ronaldo hier unser gegner ist der zack lebi lubin und wir sind bei irakos testo java wir spielen natürlich wieder nur mit ronaldo ist klar mittlerweile klappt es doch auch ganz gut und wir hoffen dass wir nach dem letzten part wo er doch mal wieder ordentlich punkte gesammelt haben das ganze jetzt auch noch mal wiederholen können habe ich gerade den ball echt an den pfosten geballert herzlichen glückwunsch jetzt mal hier im stadt in der lubina natürlich leider nicht das original stadion tiefel sei dank zum beispiel dem jahr sei dank die verkanal ja nix für gucken wir mal die bieten aufgestellt sein wird für eine taktik her konnte da konnte ich ja gerade sehen 451 system also eher so ein bisschen zurückhaltender die werden wohl übrigens mittelfeld kommen unsere aufstellung ist wie immer das halt bekannt 343 die eck der erste fehlpass aber den ball auch klasse zurückgeholt ja schöne rettungssektion hier ok ok ersten verteidiger kam dann auf dem ball vorbei schieß doch ein bisschen früher ok davon läuft jetzt gerade echt gut nicht gut wollen wir hier bleiben und das ganze ein bisschen kommen wir auf verdammte axt ja 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 Lauf doch, lauf doch, lauf doch. Schon mal viel passiert. Schade. 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 Wir. Verdammt. Gut, das hätte man bald sein müssen. Okay, haben wir einen Foul selbst gezogen. Geil. Ah, ein bisschen Gegner kurz aus den Augen verloren und da kommt unser Torwart. Gott sei Dank an den Ball. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen offensiver stehen und das ganz besser machen. Da regt es unser Trainer zurecht auf meiner Meinung nach. Hier haben wir einen schönen, fairen Zweikampf den Ball gewonnen. Und den Elfmeter rausgeholt. Klar, von den Beinen geholt. Oh, ich darf selber schießen. Oha. Oha. Verdammt. Bisschen zu führen schlawinatier. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den selber schießen werden. Aber man soll ja auch nicht als gefolter Spieler selbst antreten. Das ist eine alte Fußballerregel. Oder Weisheit, wenn man so will. Schade. Hatte ich das Ding auch am Tor vorbei jagen gefällt mir jetzt mal gar nicht. Ja. Sagt der Trainer was richtiges. Und ein Ding kann passieren. Und spielt hier so einen bescheuerten Winkel zu mir. Schade. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, da hätte ich wieder stehen müssen. Verdammt. Ah, das ist eine Ecke. Nach dem relativ guten Schuss. Nein, da sollte der Ball überhaupt nicht hin. Verdammt, haben wir uns gegenseitig die Laufbahngestohle. Warum fällt mal einer da? Ah, da sollte der Ball überhaupt nicht hin. Ja, da sollte der Ball überhaupt nicht hin. Ah, da sollte der Ball überhaupt nicht hin. Das war's. Okay, verdammt, ein Foul-Zoom. Ja, aber dann sind es das Unentschieden dann doch wieder gerechtfertigt. Vor einer Viertelstelle hätte ich gesagt, das ist mir zu wenig. Also stand jetzt. Okay. 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 Einmal zur Eckbahn. Warum geht denn da keiner in der Mitte dahin? Hallo. Lass mich los. Jawoll, wenigstens das 1 zu 0. Kein eigenes Tor erzielt, aber das Ding gewonnen. Roman Junior, letzte Minute der Nachspielzeit. Ja, versuche ich noch. Gut, dass ich da nicht mehr rankam, glaube ich. Mihai Roman. Das wäre jetzt mega... Ja! Mega wichtiger Sieg. Ja, unsere Leistung war auf persönlicher Sicht nicht so tolle. Kann man definitiv ausbauen. Aber am wichtigsten war die Mannschaftsleistung, würde ich sagen. Mannschaftstechnisch stehen wir ziemlich gut da eigentlich. Ich denke, wir wären auch noch vor den Torschützen gewesen, wäre das nicht gefallen gerade. Damit sind wir aktuell 6. Können natürlich noch von Breslau eingeholt werden. Das wollen wir jetzt direkt auch mal gucken. Erstmal gehen wir wieder, ihr kennt es ja schon, ins Training rein. Diesmal wieder richtig. Gucken wir mal kurz, was die Dinge zu sagen hat. Trainingsverletzung. Zwei Tage fehlt uns. Leecho, Braun, Forbes. Okay. Und hier sehen wir, das Last Pressler hat uns tatsächlich überholt. Können wir aber auch schnell wieder rückgängig machen. Und sind jetzt erstmal in der Meisterschaftsrunde drin. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle wenden wir unser Spiel mal. Und werden dann übermorgen im nächsten Part dann herausfinden, ob unser Aufwärtstrend hier auch anhält. Oder wie es weitergehen wird. Bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Dann. 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 Dann.